Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo AP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xylia. In der letzten Folge haben wir nur Cutscenes gesehen, was so passiert, nachdem Mila sich geopfert hat. Musaic wollte alles und jeden töten und Elvin ist wieder verschollen gegangen, nur um uns dann später zu töten. Lisa und Rowan sind irgendwie woanders. Leia wurde von Elvin erschossen und deswegen kommen wir ihn jetzt ein in die Fresse. Erstmal gucken wir, wie viel er pittet. 21.000, was? Ah, also. Aua! Ja klar, er kann sich aufladen. Nicht so wie das! Du kriegst mich nicht, denn ich hab die Flinko im Grunde. Ha, die, ha, die, ha, die, ha, die. Ha, die, ha, sie. Oh, nein. Wie Drangthorn. Hab mich diesen angetauscht? Versuch die Schüsse. Ja klar, er kann auch so ein Konter. Ich helfe ihn raus. Ja klar, er kann auch so ein Konter. Dazu, dazu. Jo. Komm, 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 komm. Aber 666, das ist ein Witzzeichen. Das geht mir nicht. Im einzelnen Kampf hab ich da drauf. Boah. Uau, oh, das ist super. klar ja das ist eine gute idee was zum teufel war das für einen angriff nicht so gut ja genau du kannst ist klar ist war nein ich halte es nicht aus das ist es ich gehe nach Olympias was Die Leil ist weg! Sag mir, was ich tun soll! Du denkst, dass du die einzige, die verloren ist? Wir lassen sie sie verabschieden, ihre Leben für uns. Sie sterben, weil sie uns leben wollte. Sie nicht sterben, damit wir... ...dass wir das machen. Dann, was wir machen? Ich bin Mila. Ich kann nicht leben wie sie. Und ich habe keine Missionen. Mila ist nicht hier, um unsere Hand zu halten. Wir müssen uns selbst denken. Wie machen wir das? Niemand wird machen unsere Entscheidungen für uns. Und niemand... ...niemand wird die Verantwortung für unsere Aktionen mehr. Und nicht mehr. Selbst wenn... ...Milas' Mission war nur eine große Bedeutung. Die Wahrheit ist... ... sie hat ihre Leben auf der Bedeutung, um es zu erfüllen. Es ist nicht wichtig, ob du kannst oder nicht. Es ist egal, ob du das machst oder nicht. Warum? 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 Warum hast du immer die Antwort? Mann. Was für ein Stress. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Nein. Maxwell ist irgendwo anders. Erinnerst du, was Musée sagte? Mila war nur das Bait, um zu schizzen. Das würde sagen, dass jemand anderes benutzt Mila als Decoy. Es war nicht Musée? Nein, es war nicht. Wenn es so war, warum würde sie vor uns sehen? Es wäre kein Punkt in einem Decoy. Also, das ist das Grund, dass Maxwell etwas anderes ist? Ja. 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 Und was machen wir jetzt als nächstes? Ich bin dafür, wir suchen Elise. Und Roden. Und Tipo. Ja. 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 Ich bin grün. Ja. Ja. Das ist es so schön. Deine Ahnung. Wir haben gehört, dass Musée beginniert den Exodaten und Olymp Minor Wowern angeboten. Wir sind so geachtet für deine Sicherheit. Sie hat auch noch keine Nexten. Wir sind unterwegs. Wir haben noch eine Runde. Bis zum Schluss wie wir sie entắngen unterstützen. Was ist bei dir? Alvin hat uns gefunden. Du sahst den großen, schweig, schweig? Ja, wir haben sicher. Ich verstehe. Ich schaue das zu hören. Was würden Sie jetzt machen? Wir gehen nach Maxwell. Können wir wieder Mila sehen? Nein, Jude glaubt, dass es einen realen Maxwell da ist. Ich verstehe. Es hat mir nie passiert, obwohl es viel erklären würde. Wenn du das unmöglichst hast, was, egal wie improblich ist, muss es die Wahrheit sein. Ha, 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 ha. Der Student Honor ist jetzt der Lehrer. Du hast sicher schon lange geschafft, junger Mann. Insofern, wir planieren zu finden Ivor zuerst. Wir sprechen später mit Musei. Wir sprechen später. Ich denke nur über sie, schütze mich. Jude, hast du gehört von Gaius? Nein, nichts. Für irgendwelche Grund, er hat eine großartige Operation in Fenmont gemacht. Das hat Musei aufgenommen. Sie hat die Stadt verletzt, aber er hat ihn verletzt. Leia, das wird eine gefährliche Reise. Respekt. Natürlich, wir brauchen ja eine Heilerin. Ich würde das lieben, aber sind Sie sicher? Wir wollen wissen, ob Mila ein Foto war oder nicht. Obwohl, das hat nicht verändert, dass sie noch unser Freund ist. Ich habe meine eigenen Reise, um zu treffen, zu treffen mit Gaius. Danke, Leute. Na gut, dann würde ich sagen, ja, es geht weiter. Exodos-Ausmesser. Natürlich muss er direkt an sowas denken. Enthüller von Riesemaxia. Okay, da ist eine Speicherung. Passiert irgendwas, wenn ich da hinrenne? Nein. Weil ich habe vor, jetzt nochmal den Kampf gegen Elven zu machen. So, dieses Mal möchte ich gegen ihn gewinnen. Und vielleicht die Veränderungen... Ich hoffe natürlich, dass eine Veränderung in der Cutscene drin ist. Und die möchte ich dann natürlich auch noch zeigen. Das heißt, ich mache hier mal einen verfrühten Schnitt und vielleicht hänge ich diese Cutscene noch daran. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, mal zu lang oder so. Deswegen sage ich, bis gleich. Tschüss! Jawoll! Hahaha! Bam! Warum machen wir das? Ein Kriegersymbol. Und ein Aufstieg. Was? Nein. Was? Nein. Ja. Echt? Was? Was? Am liebsten? Was? 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 Damn it. Hey, just go ahead and kill me already. Kill you? How can you even say that to me? Mila saved your rotten life. Don't be so eager to just throw it away. Don't you get it? Mila died because she wanted us to live. She didn't die so we would... so we'd end up like this. Und jetzt sind genau die gleichen Worte. Ich fühle mich, als hätte ich das schon mal gesagt. Du. Warum dauert mich so lange, um herauszufinden, was Mila versucht uns zu erzählen? Wir gehen, Alvin. Geh!